Eine ganz wichtige Sache, die können wir aus dem Messerattentat von Solingen lernen. Wir können lernen, wie einige Politiker uns Sand in die Augen streuen. Wir können lernen, wie sie uns Lösungen versprechen, die nicht funktionieren, die nur Placebos sind. Und von Boris Palmer, dem Tübinger Oberbürgermeister, da können wir lernen, wo der Schuh wirklich drückt. Er hat nämlich Klartext gesprochen. Es wird ein sehr, sehr spannendes Video. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge und Autor eines Buches, das am 23. Oktober erscheint. Das heißt, dieses Buch verändert dein Leben für immer. Probieren Sie es aus, es funktioniert. Unbedingt vorbestellen, unbedingt lesen. Gleich werde ich zu Boris Palmer kommen, der als Bürgermeister hinter die Kulissen des Asylrechts blickt und jeden Tag beobachtet, was schiefläuft. Er selbst war mutig genug, sich über gesetzliche Vorschriften hinwegzusetzen und eine total unkonventionelle Maßnahme bei einer Abschiebung zu treffen. Das werde ich Ihnen berichten. Das hat mich so richtig beeindruckt. Doch bevor ich auf Palmer eingehe, möchte ich Ihnen sagen, was mich wirklich erstaunt hat. Nämlich die Reaktion auf das Solinger Attentat. Sofort hörte ich mehrere Politiker fordern, wir brauchen ein Messerverbot. Drei Menschen sind umgebracht worden, acht schwer verletzt, aber das Problem ist offenbar nicht der Täter, sondern es ist das Messer, mit dem er zugestochen hat. Es wird der Eindruck erweckt, liebe Leute, wir lassen ein Messerverbot und schon wird das Land wieder sicherer. Dabei könnte man fast vergessen, dass es keine Gesetze gegen Messer braucht, sondern gegen diejenigen, die Messer missbrauchen. Ein Messer, das ist keine Waffe, sondern das ist ein Gebrauchsgegenstand des Alltags. Jedes Küchenmesser, das lässt sich ja zum Ortwerkzeug nutzen, aber man kann auch mit jedem Hammer morden, mit jeder Schere, mit jedem Schürhaken, mit jedem Baseballschläger, mit jeder Rasierklinge kann man morden. Wollen wir auch Hammer, Schere, Schürhaken, Baseballschläger und Rasierklinge verbieten? Ja, ich bin absolut für strengere Waffengesetze, denn in den USA, da sehen wir, je mehr Waffen im Umlauf sind, desto mehr Morde, desto mehr Amokläufe gibt es. Gelegenheit macht Mörder. Aber Alltagsgegenstände wie Messer, die kann ein Staat aus praktischen Gründen gar nicht reglementieren. Der Schuh, der drückt ganz woanders, wie Sie gleich von Boris Palmer hören werden. Dennoch wird uns ein Messerverbot als Beitrag zur Sicherheit verkauft. Aber diese Regelung ist etwa so praxistauglich, als würde man sagen, wir verbieten jetzt das öffentliche Tragen von Pistolen, um Bankraub zu verhindern. Aber wer bereit ist, eine Bank auszurauben, der ist doch auch bereit, ein Waffengesetz zu brechen. Und wer bereit ist, einen Menschen zu erstechen, der ist auch bereit, auf ein Messerverbot zu pfeifen. Und wie, liebe Freunde aus der Politik, soll das Messerverbot in der Öffentlichkeit denn kontrolliert werden? Bedeutet das für mich als Passant, dass ich jederzeit von der Polizei aufgefordert werden kann, meine Aktentasche auf dem Gehsteig zu leeren, meine Kleidung auszuziehen oder mich Quadratzentimeter für Quadratzentimeter abtasten zu lassen? Das würde bedeuten, dass wir harmlose Bürger zu potenziellen Messermördern erklären und dass man sich in diesem Land nicht mehr frei und nicht mehr unbeschwert bewegen kann. Wenn die Freiheit aller der Preis ist, den wir für eine Sicherheit zahlen sollen, die nur von Einzelnen gefährdet wird, dann ist dieser Preis viel zu hoch. Dieses Beispiel macht eines klar und das Zitat von Boris Palmer wird es gleich bestätigen. Heutzutage werden uns von vielen Politikern sehr, sehr einfache Lösungen für sehr komplexe Probleme vorgeschlagen. Und diese Lösungen, die kommen dann gleich als R-Lösungen daher, als endgültige Weisheiten. Für die Pandemie haben wir die Impfung und danach ist das Problem aus der Welt geschaffen. Für den Ukraine-Krieg, da haben wir die Waffenlieferungen und danach ist das Problem aus der Welt geschaffen. Und gegen islamistische Attentäter haben wir natürlich ein Messerverbot und danach ist das Problem aus der Welt geschaffen. Pustekuchen. Es handelt sich nur um leere Versprechungen, um Rattenfängerei. Nehmen Sie das Attentat von Solingen. Wie kann es sein, dass der Attentäter, ein Syrer, nach Bulgarien hätte abgeschoben werden müssen, aber nur ein einziges Mal hat man an seiner Haustür geklingelt. Niemand war da, also zogen sich die Behörden zurück in der Annahme, sie hätten ihrer Pflicht Genüge getan. Und der Syrer verschwand genau für ein halbes Jahr, weil er danach nicht mehr nach Bulgarien abgeschoben werden durfte. Er wusste das genau. Ein paar Tage später tauchte er wieder auf, nahm seine Sozialleistungen in Anspruch und durfte ganz offiziell in Deutschland leben. Nicht das Messer ist das Problem, sondern das geltendes Recht nicht umgesetzt worden ist. Hätten die Behörden den Syrer intensiver gesucht, ihn zu fassen bekommen und dann nach Bulgarien abgeschoben, es wäre nie, nie zu dem Attentat gekommen. Wer das Problem also wirklich lösen will, der muss sich fragen, woran liegt es, dass geltendes Recht nicht umgesetzt wird? Und jetzt bin ich bei Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen. Früher war der bei den Grünen, jetzt ist er parteilos. Boris Palmer, der hat im Podcast von Paul Ronsheimer Klartext gesprochen. Er hat ein paar Dinge über das Asylrecht gesagt, die sehr bedenkenswert und differenziert sind. Palmer sagt, dass ganz oft die falschen Menschen abgeschoben werden. So berichtet er zum Beispiel von einer Altenpflegerin, die wegen eines gefälschten Impfzertifikats abgeschoben werden sollte, obwohl sie an ihrem Arbeitsplatz dringend benötigt wurde und für unsere Gesellschaft eine wichtige Arbeit verrichtet hat. Palmer, der hat beide Augen zugedrückt und er hat auf eigene Faust die Abschiebung verhindert, was ich sehr, sehr gut finde. Palmer sagt, abgeschoben werden oft nur Menschen, die man an ihren Arbeitsplätzen zuverlässig einsammeln kann. Also ausgerechnet diejenigen, die sich am besten integrieren und die einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten, ausgerechnet diejenigen, die machen den Abgang. Wer dagegen keine Arbeit hat, obwohl das nach sechs Monaten oft erlaubt wäre, und wer sich eine Abschiebung entziehen will, dem gelingt das spielend leicht. Im Zweifel reicht es, sich beim Auftauchen der Polizei zu verstecken. Das tun natürlich alle, die etwas im Schilde führen und nichts Gutes wollen. Palmer ärgert dasselbe wie mich, dass die bestehenden Gesetze nicht umgesetzt werden. Zitat Palmer, Aber wer sein Gastrecht wirklich missbraucht, wer bei der Einreise schon lügt, wer von Bundesland zu Bundesland pilgert mit immer neuen Identitäten, wer kriminell wird oder die Werte dieser Gesellschaft nicht respektiert, der hat aus meiner Sicht auch sein Gastrecht in Deutschland verwirkt. Und ich glaube, das ist nicht nur im Sinne der deutschen Gesellschaft, sondern das ist auch im Sinne aller anständigen Migranten, von denen ich immer wieder höre, wir wollen mit Menschen, die sich so benehmen, nicht in einen Topf geworfen werden. Wir brauchen also hier in Deutschland einen Staat, der bestehende Gesetze umsetzt. Wir brauchen einen Staat, der Einwanderung auf dem legalen Wege vernünftig regelt. Einen Staat, der diejenigen schützt, die zum Gelingen des Ganzen beitragen und diejenigen des Feldes verweist, die Ärger machen oder betrügen oder gar morden. So einfach ist das, auch ohne Messerverbot. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mal ein Video darüber, wie Olaf Scholz Milliarden von Steuergeld ins eigene Haus verballert. Es ist ein Skandal, den Sie kennen müssen. Klicken Sie jetzt hier in der Infobox und wir blenden das Video gleich noch ein. Und nun möchte ich allen Zuschauern dieses Kanals herzlich danken, die mein neues Werk, Dieses Buch verändert dein Leben für immer, schon vorbestellt haben und die sich riesig auf die Lektüre freuen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin froh, dass es Menschen wie Sie gibt. Danke auch, dass Sie mich unterstützen, dass Sie dieses Buch so fleißig weiterempfehlen. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie mit nur drei Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben verändern können, dann nutzen Sie gern mein kostenloses Seminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Dort verrate ich Ihnen eine Methode, die mich selbst sehr erfolgreich gemacht hat und die auch bei Ihnen funktioniert. Klicken Sie jetzt hier, um Ihr Geschenk zu nutzen. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder auf diesem Kanal vorbei. Ihr Martin Berlind.